Ich glaube, wenn 100 Subs reinkommen auf einen Schlag, ich glaube, der PC geht einfach in Flammen auf. Ich habe das nicht mal hier im Hintergrund auf dem Fernseher, die Flammen, die kommen dann wirklich aus dem Rechner heraus. Und vor allen Dingen, kurz danach, ich klicke dann... Hä? Loll, ich habe auf einmal eine Shotgun. Kurz danach, als ich auf quasi wieder hochfahren geklickt habe, auf einmal so ein richtig, richtig lauter Sound. Ich dachte, hey, was geht ab mit meinem PC? Explodiert der gleich? Aber nee, draußen war irgendwie so ein... Irgendein Boot hat aus irgendeinem Grund richtig lange gehupt. Wie nennt man das? Tröte angemacht. Wie nennt man das bei Booten? Tröten? Tröten bestimmt nicht. War auf jeden Fall sehr lange und sehr laut. Hallo. Hey, for stop, Geaters. Hallo. Junge, jetzt macht einfach die ganze Zeit jemand Hallo? Hallo. Digga. Was ist das für eine Web? Ich habe einfach nur ein Telefon aktiviert, wo so ein Typ die ganze Zeit Hallo sagt. Nee. Jetzt kann ich das Telefon nicht auflegen, verdammt. Nein, das geht nicht. Nein. Und? Hallo. Nein. Hallo? 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 Kann ich bitte auflegen? So, 7K am Start. Alter. Junge, was ist das für eine kranke Map schon wieder hier? Hallo? 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 Ich nehme mal die Waffe hier mit. Die HVR. Hier ist, hier ist, hier ist, hier ist, hier ist. Time Warp. Nice. Junge, der Typ labert die ganze Zeit. So, macht auch was da los. Ich glaube auch. Nee, der PC ist irgendwie ganz komisch gefreezt. Ganz, ganz komische Sache, du. Kann ich nicht so nah vollziehen. Ah! Holy. Muss ich aufpassen bei dem. Ehm! Oh mein Gott! Alter! Ah! Ah! Oh, nein! Nee! Hast du noch mal Bock auf PS4 zu zocken? Nee. Das klingt richtig grausam. FOV von so einem U-Bahn-Tunnel und FPS. Ja, habe ich auch nur 60 dann. Ja, cool. Junge. Holy shit. Das ist schwer. Das ist wirklich eine schwere Map. Perfekt. Sarek hat schon eine gemacht. Können jetzt abstimmen. Schaffe ich die Map? So. Machen wir hier. Neue Shotgun. Was ist das hier? Die Reaver. Diesmal gehe ich nicht ran. Diesmal gehe ich nicht ans Telefon. Dann kommt wieder. Hello. Äh, äh, hello. Hello. Äh, hello. Hello. Diese Musik, Alter. Uh. Ah. So. Death Machine. Nice. Kann ich gleich mal versuchen, ein paar Käse-Dinger noch abzuballern. Bisschen Angst, wir sind in ganzen Objekten wieder. Vielleicht kriege ich irgendwie noch ein paar Perks raus. Oh. Oh. Also, jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich wieder Angst. Ne, genau davor habe ich Angst. Was? Ich bin Instant tot? Äh, was zur Hölle? Warum bin ich Instant tot? Das checke ich jetzt nicht. Warum bin ich jetzt einfach... Ah, wahrscheinlich wegen der Distanz. Ah, weil ich noch kein... Dings hatte. Hier. Ne, das hier. Hier liegt einfach ein... Fötus rum? Oder was ist das hier? Ja. 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 Wenn ich hier vielleicht stehen bleibe, kann ich erst mal überleben. Oh Gott, ich habe Angst. Ich gehe weiter, ich gehe weiter, ich gehe weiter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Ich will nicht sterben. Nein, 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 nein. Lande. Danke. Oh mein Gott. Das ist... Die Map ist... Ich glaube, die ist eine Nummer zu schwer. Ich glaube, die ist eine Nummer zu schwer für den ersten Stream. Nach acht Tagen und vorher eine relativ simple Map zocken. Das ist doch jetzt ein... Nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Junge, das ist... Das ist ja unnormal. Das ist ja krass. Das ist ja absolut krass hier. Das ist ja... Venti. Venti. Nein, das sind die Jitas. Ich dachte schon, hä, sind das vielleicht irgendwelche Gegner? Das war absolut ein grausamer Wechsel für die Waffen. Tötet ja gar nichts. Die Banshee. Oh, danke, danke, danke. Nein! Oh, Digger. Wir können nochmal abstimmen. Wenn ihr belieft. So, wir nehmen nicht das Telefon ab. Wir nehmen uns aber die Punkte hier mit. Hier ist sonst nichts mehr. Oh, die lädt sehr langsam nach. Der Jita ist schon wieder unterwegs. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. So, ganz wichtig. Falls wir nochmal runtergeheated werden. Okay, 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 okay. Ich nehme den direkt wieder mit. Oh, mein Gott. Holy moly. Bitte nicht hierhin. Verschone mich. Verschone mich. Verschone mich. Oh, mein Gott. Bitte helfen Sie mir. Ich könnte auch einfach versuchen, die anderen da hinten. Oh, unendlich. Moni. Überleben zu lassen vielleicht, damit nicht neue spawnen, die schnell sind. Auch nicht so viele zumindest. Wäre auch vielleicht ein Masterplan, aber der geht nicht lange gut. Oh nein, bitte nicht. Oh Gott. Wenn ich hier stehen bleibe, erwischt er mich vielleicht nicht. Alter, ich hab... Ja. Es knallt der Regen hier schon wieder gegen. Ich muss ans Telefon. Anders geht's nicht? Oder wie? Oh. Nein, 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 nein. Junge, Alter, der knallt jetzt hier komplett gegen. Da ist richtig laut, der Regen. Oh, Maxamo. Wäre schon big eigentlich. Man muss da rangehen. Kann man das ansonsten nicht abschließen? Oh Gott, das wär's jetzt. Äh, Kampfkeks. Vielen Dank für den dritten Monat. Freeze up. Kuss, kuss, kuss. Ja gut, dann versuchen wir es trotzdem. Ich habe... Ich bezweifle, dass wir die komplett abschließen würden. Aber wenn wir irgendwann verrecken, haben wir eine Ausrede. Ah! Vielleicht muss ich hier immer stehen bleiben hinter den Dingern, dass sie mich nicht erwischen können. So lange oben keiner spawnen kann, eigentlich ist alles in Ordnung. Ah! Weiter, weiter, weiter! Ah! Hilfe! History Box! History Box! Insta? Ja gut. Oh, Time Warp wäre big. Time Warp wäre big. History Box! Oh, Bruder, Time Warp wäre wirklich sehr big, aber... Ich starte mit dem Raketenwerfer? Nee, du. Müssen wir auch nicht übertreiben, okay? Ja, tatsächlich. Ich kann irgendwie das Spiel nicht neu starten. Gut, nee, dann machen wir einfach so. Dann machen wir jetzt einfach so. So, ich pick up the phone diesmal. So, ich pick up the phone diesmal. So, das können wir noch nicht leisten. So, PHD-Flopper am Start. So, PHD-Flopper am Start. Das ist mir dann kein Problem. Was da noch? Alter, hey, was? Junge, ich hab PHD-Flopper dabei. Junge, der... Oh, Bruder. Der Typ ist so nervig am Labern. Hier, nein, ich mach nochmal. Ich kann nicht, ich kann nicht restarten. Es geht einfach nicht auf dieser Map. Das nehmen wir jetzt nicht für die Wette. Ich mach gleich den Sound aus von dieser Map, Alter. Ich weiß nicht, warum restarten nicht geht. Technik, Leute. Im Chat. Why? So, das sieht auch besser aus wie eine bessere Waffe. So, wir müssen ihn wieder aktivieren. Ich hab mein Headset überleiser gedreht. Die sind schon mal alle weg. So, die Jitas müssen wir gleich aufpassen. Ach, die geben einem auch Punkte. Zombies sind natürlich jetzt sehr leise für mich. Das könnte ein bisschen doof sein. Weil ich will diesen Typen nicht die ganze Zeit labern. Das ist so nervig. Aber die muss man ja scheinbar aktivieren, so wie es aussieht, du. So, ich kann noch einen Großteil der Anfangspunkte eigentlich über diese Käse-Dinger holen. Entschuldigung, was ist an der Aufgabe? Das ist so ungewohnt, einfach. Jetzt ist alles echt richtig, richtig leise. Alles, was normalerweise auf einer guten Lautstärke Pegel ist. Okay, ich bleib hier ein bisschen stehen. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kann man Headset ein bisschen lauter machen? Versuche ich erst mal ein bisschen, meine Munition noch aufzubrauchen. Noch weitere Käse-Dinger. Easy. Sehr gut. Deiner Watchtime wird erst seit kurzem erst gezählt, leider. Weil wir jetzt den Bot gewechselt haben. Beziehungsweise noch einen weiteren hinzugepackt haben, der Watchtime richtig zählt. Oh, double Punkte, die werden so wichtig. Aber diesmal gehe ich nicht zurück. Ich bewege mich hier nicht weg. Bis noch nicht. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nice. Aktuell noch gechillt. Oh. Einmal ran hier. Oh, er kann ja mich erwischen. Ich glaube nicht. Oh, ist Burst-Waffe. Nicht so geil. Oh, unendlich Munition. Nee, 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 nee. Das war vorhin schon unser Tod. Als wir hier rübergegangen sind, um irgendeinen Power-Up mitzunehmen, sind wir verreckt. Ich versuche, die noch mal leer zu ballern und dann gehe ich noch mal in die Kiste ran. Oh, Mexamo, Mexamo, Mexamo. Oh, ich kriege mir Punkte besparen. Nice. 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 Nice, Junge. Nice! Okay, ich gehe gleich mal dann ran. Ich kann noch ein bisschen aufschieben gerade. Zum Glück. Oh mein Gott. Ist das noch irgendein Stopp der Jitas Ding? Hilfe. Bitte sendet Hilfe. Die Ravage. Oh, ist ja eigentlich ganz gut. Ich check nochmal einmal schnell ab. Mit zwei ähnlichen Waffen jetzt. Die Burstwaffe ist ziemlich ähnlich, würde ich sagen. Die mach ich so. Da kann die Jitas stoppen, glaube ich. Zumindest für ein paar Sekunden. Ja. Ich versuche jetzt ein paar zu killen. Dann einen Time Warp mitzunehmen. Und dann den Jita zu stoppen. Und dann weiter zu gehen. Okay. Ich kann hier auch... Oh, ich kann hier unten einfach durchschießen. Ja. Ja. Nice, nice, nice. Ich hoffe, ich kann hier nicht erwischt werden. Oh mein Gott. Wie lange ist Marco schon Follower? Ich schätze mal so fünf Jahre. Ich glaube, Marco ist schon 80 Jahre Follower. Der weiß mehr über mich als ich. Über den Kanal. Was für Maps ich gespielt habe. 3K. Was? Was, Junge? Was? Hä? Was? Bruder, nein! Das akzeptiere ich nicht, dass ich so down gehe. What? Er schluckt. Oh nein! Das ist doch jetzt unnötig. Jetzt habe ich gar keinen Perk. Nein, Mann! Die Waffe killt nicht mal mehr. Oh, die Waffe ist grausam. Die Waffe ist ja grausam. Nee. Nee. Toll. Oh, danke. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ah, Digga. Nein! Nein! Mann! Oh, Gott. Dann würde ich gerne die Jethers doch mal stoppen können. Weil da komme ich nicht mehr runter. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich will jetzt hier nicht verrecken, Jet. Und die Jethers sind so weit weg. Und die Jethers Stopper zumindest. Noch halt voll lange zum Nachladen. FBI, umlob! Ich habe Angst. Nein, Mann. diese map diese map diese jita teile einfach oh mein gott das war noch ein langer versuch tatsächlich äh abo zocken ich kann leider auf pc nicht mit leuten spielen das hat sich leider durch ein hacker in luft aufgelöst die idee aber ansonsten hatte ich mal cold war mache ich öfters ich glaube wenn jetzt wieder content kommt zu cold war dann kommt es mal wieder bei mir aber auf pc geht leider nix mit anderen leuten zocken das geht nicht das ist ripperino weil ich streame den hier die gaffe ist nice hilfe hilfe schon mal drüber heftig ja da hat gut reingeschallert ich weiß gar nicht wo es am schlimmsten war am ende wahrscheinlich nrw sollte relativ stark sein meinten die glaube ich das gab es auch schulfreie glaube ich oder ja ps4 ja aber ich zock ja auf pc ich zock ja nicht auf ps4 darum geht es ja du allgemein hier das damit die leute wissen dass wenn die mit mir spielen wollen dass das bei bo3 leider nicht geht ps4 ist halt cool für cold worden so aber wenn der eisendrache erwähnt hat es deswegen alle schon geschlossen wie ist das morgen kann ich tagsüber streamen die meisten leute kommen aus nrw oder woher kommt ihr bundesland haut mal raus hier haut mal raus ich bin aktuell schleswig holstein ich bin sogar wieder in arensburg gemeldet ich bin wieder offiziell arensburg alex eigentlich oh nuke wobei brauchen wir die eigentlich nicht oder nee so installe ich auf jeden Fall mit kann hier aktuell noch mal gucken wegen den dingern hier wer heißen hier ey chill mal hier hinten kiesedingern und da oben ich geh jetzt mal weiter schnell schnell trink trink das ist nicht deren ernst das ist nicht deren ernst ich erstmal vielen dank für den resub an der stelle kurz geht raus saarland also gar nicht so nrw-lastig wie ich gedacht hätte tatsächlich die fresse ich muss mal diese keylights holen die sind glaube ich ganz gut aber mittlerweile alter das ist zu viel da ist zu viel licht für mich nur die alten augen so nrw-lastig so nrw-lastig so nrw-lastig so nrw-lastig pick up the phone pick up the phone ungerne aber ja muss man ja machen nicht böse nicht böse äh vlog so nrw-lastig so nrw-lastig so nrw-lastig so nrw-lastig glaub ich sonst hab ich mal kabelgebundene kopfhörer noch genommen weil die einfach zuverlässig sind also ich weiß nicht wenn ich jetzt eh gezwungen bin dann eigentlich kopfhörer zu holen dann würde ich glaub ich fast schon zu apple rüber gehen weil da kann ich davon da geh ich also da wird's höchstwahrscheinlich funktionieren das ist immer das doofe bei android hab ich mal übelst die probleme gehabt was das angeht dann passt das eigentlich auch dann kann ich direkt einmal macbook die auch nehmen die kopfhörer dass ich so komplett auf mac umschwitze hier das ist so meine überlegung was ist mein ehrjet aber dann wüsste ich halt so ein älteres iphone echt von wir haben die neuen also ne so viel gerne will ich nicht ausgeben auf 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 oh god ich hab keine punkte ich hab keine punkte weil ich so dumm bin und erst hilfe mami oh god okay das wasser kommt nicht mehr höher scheinbar ich hab absolut keine ich hab keinen plan was ich machen soll ich hab keinen plan wie ich das hier wie ich das überleben soll ja cool auf diese anderen cheese cube map kannst du immerhin ohne ja cool ohne gestackt zu werden am rand dieser map hier lang laufen hier scheinbar nicht alles ist 38 also nach dieser runde bin ich 38 wenn ich damit durch bin glaube ich das könnte hinkommen sogar wenn ich die eines tages geschafft hab fair play so phd maximus da hinten egal super spaßig hier die web tour richtig geil ich brauch mehr solche maps nur noch solche maps spielen am liebsten wow okay 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 oh die sind stuck ich lass die einfach da ich lass die jetzt da ich ihr könnt euch da hinten die brauchen ewig einfach umher zu kommen es ist okay ich lass die auch ewig brauchen ich werde es nicht da unnötig reinballern vielleicht schieße ich ein paar von der hinteren gleich aber mal gucken so ich kann theoretisch gleich die waffe von der wand kaufen ich brauch aber ewig zum nachladen deswegen werde ich glaube ich die tür einfach kaufen und dann mich an der kiste versuchen oh 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 money time nice money time ist das sehr gut nein jetzt ist er oh god nein der schwam ist losgerissen guck einmal den hinteren abgeballert auf gedacht ne wird schon nix schief gehen und dann eskalation jetzt mache auf den mist mach auf mach auf nein okay ist immerhin stark immerhin nuke nein digga jetzt habe ich zwei sniper oh wobei 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 ich dachte das ist so ein Einzelschussding jetzt das ist ähnlich wie die hier so schnell hintereinander schießen können alter diese map die hat es wirklich in sich die andere ist noch mal stärker hat man dafür weniger munition alter wieder rumgeflatscht ist doppelte punkte es ist sehr verlockend aber ich verzichte der weg ist mir zu zu gefährlich einfach ja das ist Fischtank mit Käse so ungefähr stimmt ne Fischtank ist echt nochmal schwieriger glaube ich Fischtank habe ich ja nicht mal mit mit Punkten hinbekommen habe ich mir auch Punkte gegeben und dann einfach schnell die Türen aufgekauft selbst dann habe ich es nicht hinbekommen weil ich einfach nicht unterwegs alle Sachen erwischt hatte und so dann kannst du irgendwie auch oben gar nicht weiterkommen und ich frage mich auch wie man den Weg bis der eins schaffen soll so ein paar Dinger abschießen einfach ich kurz ein bisschen Zeit habe oh unendlich Munition oh mein Gott das ist wirklich sehr verlockend so sehe ich noch irgendwelche wie schneller oh mein Gott alter oh mein Gott Hilfe aber hier soll ich eigentlich sicher sein ich kann die halt noch ein bisschen einsetzen ich kann auch immer noch an die Kiste gehen theoretisch vielleicht behalte ich sogar die und gebe die andere gleich ab oh Time Warp ich setze die mal kurz hier ein oh mein Gott holy moly so ich gehe mal hier ran ich finde die ist die brauchen ein bisschen lange zum nachladen und dafür hat sie zu wenig Muni oh Rock'n'Shield nice Käsereibe das passt eigentlich ganz gut dazu aber es ist leider keine Käsereibe die die Map zerstört oder die Zombies zerstört es ist eigentlich nur so ein keine Ahnung ein Geater halt einfach wer kennt sie nicht die Haushalts Jita noch eine M1 Garant zweimal hintereinander oh so hier oben vielleicht noch irgendwie ein paar Teile nee scheinbar nicht auf die schnelle zumindest so very nice very nice very nice 10k zusammen dann gehe ich nochmal an die Kiste ran so Alter die ist nicht so geil die ist nicht so geil nee die ist echt nicht so geil ah du hast eigentlich dagegen denkst oh mein Gott Alter ich kann schon wieder kaum die Maus anfassen weil die schon wieder so verschwitzt ist also wer möchte eine gebrauchte Maus äh von mir haben nice wuh Alter ich verlose jetzt eine durchgeschwitzte Maus lieber Chat extra für euch reingesweatet wie sonst was Kappa unter allen Leuten die eine Million Subs spenden äh verlose ich die gutes Geschäft bei euch natürlich das sieht gerade echt gut aus muss ich noch ein paar mehr Punkte machen bevor ich weitergehe äh ich gehe weiter die ist schon recht stark aber die braucht auch recht lange zum Nachladen ich weiß nicht ob ich noch eine Waffe kaufen soll nice 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 ich glaube ich chill nochmal ein bisschen gleich und warte auf ein paar Power-Ups die ein bisschen mehr gönnen kann man der war für ganz entspannt hier Einzelschüsse machen vielleicht droppen die noch mal ein bisschen mehr max ammo vielleicht mal so das Game vielleicht sich so denken na gut der hat jetzt auch keine Granaten mehr der Junge skipp den mal skipp den mal max ammo guck den wir mal guck den wir mal ein paar Triple Kills und so mitnehmen lieber 10k auch schon wieder zusammen an sich haben wir gut Punkte das ist es schon mal naja wir können dann schon vielleicht nochmal ein zwei Türchen auf jeden Fall freikaufen also eine sowieso ich weiß nicht wie toll die dahinter sind aber bestimmt auch so 3k um den Dreh 2 3k also 1000 falls ihr ja nicht wisst was ich mit k meinte in der FIFA Suchtphase schon wieder ich kann mir bei Lewandowski Team of the Year holen übrigens chat ich hoffe ihr freut euch für mich dass ich meine FIFA Träume endlich erfüllen kann ich spiele Lewandowski seit Anfang von FIFA ich habe mir die normale Gold Karte gekauft fand ich schon ziemlich nice und seit Inform da ist spiele ich den Inform und jetzt äh ja hole ich mir den Totti die zweit also vom Rating her mit die beste Karte in ganz FIFA ich glaube es gibt keine 99er Karte dieses Jahr also bis jetzt zumindest 98 ist Pelé glaube ich und Lewandowski und keine Ahnung wer noch ja seit letzten oh mein Gott seit letztem Patch finde ich aber FIFA auch ziemlich scheiße also ich habe es echt eine Zeit lang richtig gerne gespielt aber mit den letzten Patches irgendwie ich weiß nicht vor einem Monat oder so es kam schon Patch da ist seitdem ist echt so ein bisschen ich reg mich richtig auf seitdem vorher hatte ich eigentlich gar nicht so geraged bei FIFA was sehr ungewöhnlich ist bei FIFA muss man auch sagen aber seitdem so viele dumme Aktionen irgendwie ich habe auch Ewigkeiten Neuer gespielt der hat über 300 Spiele bei mir gehabt da habe ich den verkauft um mir Inform Neuer zu leisten Inform Neuer war so schlecht der hat nichts gehalten und dafür habe ich diesen 300 Spiele plus Neuer einfach abgegeben oh was habe ich gesagt Jet was habe ich gesagt schön der Ehrenbruder der über 300 Spiele schon gemacht hat ja Weekend League System ist irgendwie unnötig also Weekend League braucht man halt gar nicht spielen eigentlich um halt richtig irgendwas zu erreichen das macht gar keinen Sinn ich habe meistens einfach dann zwei Wins geholt und dann habe ich den Rest gequittet das hat dann mal schon ausgereicht groß besser werden Rewards ja auch nicht mit den höheren oh mein Gott dass ich den Weg sofort geschafft habe verwundert mich gerade holy oh mein Gott Alter was ist das für eine Waffe Junge aus dem Bowie Knife also so ein bisschen oh Alter darf die auch nicht zu weit weg killen eigentlich nicht dass die irgendwas geiles droppen ja es hat wirklich gar keinen Reiz was zu erreichen ich habe letztes Wochenende halt bei meiner Mom so auf der Couch gezockt die Weekend League und dann halt irgendwie dieses neuen Winster einfach geholt also die Rewards waren auch gefühlt schlechter als als die auf Rang 2 also was die Spiele angeht waren die tatsächlich auch schlechter Rang 2 sag ich schon da wo du zwei Wins holst meine besten Rewards habe ich immer in den Rang geholt wo du halt nur zwei Wins brauchst den Rest kannst du halt ja quitten das ist echt unfassbar die highest rated Player 87er und sowas in Road gut ich habe auch gestern tatsächlich diese Upgrades mal gemacht ich habe Immobile rausbekommen immer ein gutes Rating ich habe eher mehr so auf ein Messi gehofft oder vielleicht immerhin vielleicht auch einen roten Lewandowski hätte ich mich tatsächlich darüber gefreut auch wenn ich den gar nicht wirklich nutzen würde weil ich ja eh in der nächsten Weekend League mir schon Totti leisten kann aber naja nimmt man halt mit fürs Rating ein bisschen SPC Futter so jetzt geht es aber weiter nach oben so 22 G's schon gefoundet hier ganz easy schon wieder die gleiche Waffe versperrt richtig viel von der Sicht die Waffe oh die ist auch nicht mehr One-Hit oder oh die ist nicht mehr One-Hit müssen wir wirklich aufpassen nein 4k holy moly okay ähm kurz überlegen hallo Waffe wechseln danke 4,5 haben wir zusammen könnte oben noch welche abballern okay das ist keiner das Schild ist auch so big einfach oh mein Gott kaum ein wenig ist zeigt sich was ich damit meine was oh Gott auf einmal auf einmal hab ich kein Tempo oh mein Gott oh Junge über mir sind Spawns das kann nicht wahr sein was eine Runde was eine Runde ah Junge das kann nicht wahr sein äh Simpli Sissimus welches denn das mit Katar oder sowas was letztens war aber das war das war eine coole Runde dieses Mal so Leute aber ich bin raus für heute ich bin auch ich bin Vielen Dank.